Wunderschöne guten Abend, alle Gute. Ich bin froh, dass ihr alle Gute gekommen seid. Ich muss sagen, wie sie mich für Bisecure gefroht hätten, ob ich mir Gedanken machen wollte und eventuell auch Ambassadeur für die neue Kampagne Be Balanced. Ich habe gedacht, für Wartfrunde ich gerade mich für ein Klang zu machen, für so ein neuer Regime aus Amerika. Ich meine, ich werde nicht gleich mit dem Regime umgehen. Aber wie sie mir dann erklärt haben, Be Balanced, es geht aus dem Ausgleich. Ob der eine Seite tischte in den neuen Medien, Computer, Tablets und Smartphones. Und ob der eine Seite Sport und Kultur. Also da habe ich direkt mein iPad-Fähle gelöst und Playstation raus gemacht. Ich bin an dem Büro bei den Computern gerannt. Am Gang wäre ich nach Berlin über den Laptop getrollt, den da um Strom zu holen. Aber ganz ehrlich, das Ganze geht ja schon mit der Erziehung. Und ich meine, in der Hauptstadt hat ja so eine Sache mit Kanne gekriegt. Du hast ja froh, ich war froh, wie erzählen ich meinen Kanne richtig, für das er noch auch einige Rebs auszunehmen geht. Gut, du hast auf der einen Seite die Helge Ring, die mal so Holzspielsachen der Verspielen, die aus den erneuerbaren Holzbeständen sind, mit Farben auf wasserlässlicher Basis, die später hin hier nur noch können tanzen. Und dann, auf der anderen Seite, müssen die, die mit Elektronik zugeschaut gehen, für das, dass die Klänge mal lehren. Nicht wie wir früher, wir hatten das ja nicht. Dasselbe wie unsere Opern hier klangend, Joshua Jason. Die hat alles, was der Katalog hier gibt. Alles, also von iPad über Computer, Xbox, Nintendo DS, was weiß ich nicht alles. Und das ist ganz clever die Klänge, wie alle sollen sie sein. Ich weiß, das ist ungefähr so geil. Hier und da kriegen wir ein ganzes Versuch von seinen Eltern. Die sind ein bisschen Spaced, wenn die anderen etwas vieles haben. Gerade wie am Moment, am Moment, dass sie auch bei uns daheim sind. Seine Eltern sind diese Weekend auf so einen Chakra-Wellness-Burnout-Seminär. Ich weiß nicht, die allerrechte Keine wie bei uns werden da kommen gerannt. Manni Christian, Manni Christian, ich habe dir ein Bild gemalt. Und dann hält man ganz stolz ein iPad dahinter. Ich so, chain buff, gut, dass sie das gemäht. Wie hängen ich das dort und da oben? Er so, man mag nicht im Frigo, bleibt das dort nicht hängen. Und hier so, ach nee, das ist nicht für oben zu hängen. Das kann jemand löschen. Ich so, ah, flott Bild. Boah, ich wollte ein bisschen sagen, gell. Du siehst doch einfach in den Keller, mal in Hummer, an Nils ist gegangen. Die Witze will auch nicht so gut aufkommen. Auf alle Fall wäre sein Eltern doch relativ sicher doof, hier ein Rimmert heim zu holen. Wie ich seinem Papa auch gefragt habe, wenn ich mir das Bild kläre, du hätt eh gemangt, also für 650 Euro könnt ich das Bild auch heilen, gell. Ich tue euch gut 650 Euro für den, für den nach ziemlich unbekannten Joshua Jason Kroslowski von Iversieren. Ziemlich stolzer Preis. Ziemann, die so schießt, wir gehen ihm kein richtig fahr, denn hier möchte ich immer so dreckig, du da matt. Gut, für die Keller drauf wäre ich schon mal der dicker Tuschpick, an den ganzen Pack paar Bayern, weil wir sind ältere Däun sich gefried, wie sie eine neue Sische kommen sind. Wahnsinn. Einer kann ja, du kommen gerannt, Moni Christian, Moni Christian, ich bin schon über 800 Fremden bei Facebook. Bist du auch bei Facebook? Ich sagte, ja, lauscht da, ich hätte mich da auch gemeldet, aber ehrlich, ich finde alle Menschen da auch gestupst gehen, ich hätte schon überall blaue Flecken. Und das geht ja gar nicht, das ist virtuell, wie er ein Bust du überhört. Und dann alle die Messagen auf dem Handy, alle goeies, mittes, oves, nuts. Der Jamm geht ihn auf dem Toilett. Der Pia findet das gut. Zwölf anderen auch. Einen Kommentar vom Juss. Ich gif alles. Alles raus, was kein Läuer bezahlt. Kennst du nicht den Harry? Vier von den Kollegen können auch den Harry. Denn Tom will Candy Crush mit dir spielen. Ahahaha. Ne? Ich hoffe, ne lauter Facebook-Messagen ohne schon die Spam-Reklamme für die Viagra nicht mehr gesehen. Wahnsinn. Ne, ne. Ich könnte so schwer sagen, sie hat den Heim, Moni Christian, dann schick mir ein Fremdrequest, da können wir mit denen chatten. Ich sagte, boof, ich wohne in ein Haus mehr weit. Wenn du mir absatzen willst, dann kannst du dir was schellen. Und das ist einfach nicht so cool. Wie hast du das? Ja gut. Zweite Gruppe. Zweite Gruppe. Zweite Gruppe. Das ist ein Status-Update. Mein Opa, den hat er so alt. Ich müsste ihm Facebook erklären. Er hält auf, wenn jemand zu stupsen. Der versteht das gar nicht. Wahnsinn. Das ist einfach schwer. Die andere kann ja, als sie gelaufen kommen, so, oh, Moni Christian, Moni Christian, ich muss dir einen Witz erzählen. Das ist ein mega Witz, den hat er so toll, ich verroffelt, wie ich ihn hören habe. Ich sagte, boof, wirst du auf seinem Hals? Willst du ein Kamel? Und er sagte, nein, für was? Ich sagte, wiederhol mal, was du gerade gesagt hast. Und er sagte, ich weiß ein Witz, den hat er so toll, wenn ich ein Witz erzählen würde. Ich sagte, doch, da wäre es schon rum. Und er sagte, ja, Moni Christian, weißt du denn nicht, was das ist? Und ich sagte, nee, sorry, ich weiß nicht, was das ist. Aber ich habe es nicht im Englisch gemacht. Ich habe es nicht erklärt, aber lol, heisst lofing aus laut, und roffel, heisst rolling an der Floorlofing. Ich sagte, weißt du, was das ist. Und er sagte, nein, so ist es bravo, gell? Nein, das hier, woher könnte das Phänomen, mit den Aufkürzungen und allem, ich denke, es könnte, durch eine ganz große Teil, auch durch das Handy, und eben auch durch das Schreiben von SMS, was mir kurz, was besser. An der Zeit, du rufst, und dann hörst du gesagt, ich bin noch fertig, und ich komme noch nach Hause, schreibst einfach nach, kommen. Am Platz von, oh, mein Maus, ich werde nicht so viel mit dir, einfach, MDK. Oder, am Platz von, was hast du, ein dicker Torbord, und du kannst mit dem Bockel herrutschen, einfach nimm'n, du Opfer. aber, natürlich, häng dir doch immer ein bisschen davon auf, wen die SMS schreibt. Es ist ja heute nicht mit dem Telefon, es ist ja Smartphone. Aber Smart bezieht sich am Anfang just auf den Apparat. und nur der P**** ... 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 Melodie so, I'm sexy and I know it. Und hier so, ey, shit, was that? Nee, eschgär. Eschgär. Ich hab mich gefragt, was wollten du mal das sagen? Waren die Leute ein Indianer so, ey, hau, roter Bruder, esch Christian, eschgär. Komische Nomme. Oder hat ein Rendezvous zu Esch op der Gär? Aber für und allem, was muss den anderen gefragt tun? Ey, du, wo? Ey, eschgär. Wahnsinn. Ne, der Problem ist allerdings, der Problem ist allerdings, dat geht daheim richtig vielhauen. Und meistens wann die Eltern da mal sollte probieren anzugreifen, dann ist es schon zu spät. Ne, wenn die Bauf bei der Mama gelaufen kann, dann sieht, Mom, 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 äh, 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 der Papa hat mir geschlagen. Äh, mich geschlagen, Kevin. Ich wei dir hoch. Wahnsinn. Technik. Da, ey. Ah, den Handy. Äh, 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 sjuss. Schlüss. Äh, äh, ja, äh, äh. Ja, äh, so schwer zu essen, ja. Ja. Du bist hungrig. Äh, äh, äh. Äh, äh, ja, sisi. Ja, sicher. Schau mal am Friggo, du müsst nach Fischmatt reißen. Da setzt er den an Mikro... Wie? Levering Pizza? Ja, ich schmeck'n derer, aber geh'n mir doch so. Bestellen? Ja, sicher. Da bestellen. Batterie vom iPad da seidl. Johann? Ah, du kannst das nur nicht googlen. Ne, ist schon kein so ein Kabel. Dann hol' ich das Buch. Wie, die Batterie seidl? Ne, das ist richtig toll für das Buch. Wie, wie sieht das aus? Das ist so ein ganz dickes Buch mit ganz vielen Seiten dran, ganz vielen Buchstaben und ganz vielen Zahlen. Schau mal am Büro. Wo ist das? Ja. Gut. So. 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 So lang bist du beim P-Bass. So. 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 Da kannst du doch printen. 600 Seiten an 20 verschiedene Sprachen. Das habe ich dir noch gemacht. Ich habe nicht gelohnt. Zwei Gramm ein paar Bayern verbraucht und ich habe für 82 Euro Kartusche verholen. Für die 82 Euro hätte ich einen zweiten neuen Printer kaufen können. Wahnsinn! Ich könnte Joshua schießen und sagen, Moni Christian, Moni Christian, gib mir mal dein Handy. Ich muss dir aber so am Internet weisen. Ich sagte, Pauf, schau, Internet und Handy. Ich weiss nicht so richtig, wie das funktioniert. Ich habe ihn schon nicht angestellt. Und ich sagte, Moni Christian, was machst du denn? Gib mir mal ein. Und hier habe ich mir ein Handy aus dem Grab. Und hier fange ich an. Hier muss ich dann. Direkt da habe ich nicht gelohnt. Nur drei Minuten. Nur drei Minuten sagte ich so, Moni Christian. Du kannst über die Proxy auf den SMTP Pop 3 gehen. Du hörst ein Constant Data Upload von einem Gigabyte. Ich habe einen Hotspot via Bluetooth angerichtet. Und den UMT 1 als 4G optimisiert. Ich sagte, Pauf, du vor bist ja schon rum. Wo ist der Eire Viva? Oder wo hast du ein ganzer Episodes der Träger angezogen? Ich sagte, Moni Christian. Du kannst überall an den Internet gehen. Du kannst MMS verschicken. Und du kannst E-Mail schreiben. Normalerweise geht das doch alles ein bisschen müseher. Mit dem Anstelle. Und ich sagte, was hast du in allem Modell da? Wahnsinn. 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 Telefon, die zwei. Oh. Mein Mann. Da muss ich auf den Rollen wirklich gestorben kommen. Ja, Mann. Ja. Wie? Wie? Beruhe ich dich mal. War das verschwunden? Auf dem Computer? Wie war das? War das verschwunden? Bege wählt? Was war das Bege wählt? Was war das Bege wählt? Was? Ich habe es für Diamanten umzudrehen. Ah, ein Bischühe. Ja. Ja. Ups. Ups. Nee, nee. Das ist nicht verschwunden. Nee, der Computer kann nicht verschwunden. Nee, auch nicht, wenn der Papp drüge gekniffelt wird. Nee, auch das verschwunden ist. Was sagst du denn noch mehr? Mein Bruder hat mich? Nee, nicht ob der Foto am Hannergrund, ob die kleine Wallis da, wo der Spieler drinnen steht. Ja, der macht das Fenster ab. Einen Moment. Mam, wo könnt ihr die Kameide hier? Der hat das Fenster ab. Mam, du sollst klicken, ob die Wallis da. Ja, du hast es gesagt. An das geht's? Nee. Gut, voilà. Nee, 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 du steuert. Nee, nee. Nee, nee. Das ist kein Problem. Alle, ja. Bis zum Sonntag. Ja, ja. Ciao, ciao. Kussi, kussi. Ja, ja, ja. Je, je, je. Mein Mann. Also, wenn ihr das Internet am Computer gefunden habt und ich mal ein zweites Handy auszuschaffen musste, um eine Standleitung zu suchen. Wahnsinn. Nee, nee. Wo wären wir stehen geblieben? Ja. Der Joshua Giesen. Der Joshua Giesen. Der Joshua Giesen. Da sind, kommen dann der Schlesch, kommen da gerannt. Und du sagten, äh, Moni Christian, Moni Christian, äh, äh, derwe strepen so dring am Computer gucken. Ich sagten, ja. Bov, kein Problem. Me mag einfach ein neuer Fenster ab am Browser. Kein Problem. Hier raus. Und, äh, eine halbe Stunde drüber kommen rum. Und du sagten, Moni Christian? Ich sag, ja. Ich sag, ja. Ich wollt schust gucken, wen die nächste Busführer in den Stadt fährt. Ja. Aber ja, und du hast den Bus angetippt, und du hast direkt einen von den Seiten abgegangen mit platzischen Busen. Ich sag, äh, ja, äh, 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 ja, äh, äh, ich halt extra gesucht, meh, ein einer Fenster ab. Dann, äh, so, auf Orle, da tat er auch Michael neigstof. Und, ne, ne, keine Angst, so, Türen, ich hundt drittlur so angestalt, dass Chemiker geseht, wo's du für drüge served passt. Ich sag, mersi, so, du schmerzig, große. Me lauscht da, äh, 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 fangir's einfach die Bilder da ganz sicher. Oh, woher? Ich hab noch zwei Adressen dabei gesagt, wo du ... Wahnsinn. Ich so zu ihm, wenn es schon am Gang passen. Wusst du vielleicht auch, für was mein Internet daheim, ob es immer so los ist? Und er so, ja, das Leiter Fleisch, du mir? Ich so, weih und dir? Ah, weisst du, Moni Christian, ich darf ja daheim, nicht mehr auf den Computer. Mein älter Hund hat so einen Speer-Drop gemacht. Und dann, wenn ich an meiner Kummer bin, zeige ich mir, über dein Wifi mit dem Laptop, vielmehr ein Musikerhof. Ich so, mein Wifi, das ist nix da, als ein Passwort-Drop. Und ich so, Moni Christian, sollte also ehrlich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das kein Passwort. Also, du musst unbedingt einen großen Buchstaben dran. Du musst ein paar Klänge dran und noch ein paar Zwüllen. Du musst das unbedingt umändern. Fuck. Je, 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 je. Nee, so was, was ein iPad näschen. Telefon die dritt. Ah, noch ein, ich kenne mich, Mom. Ja, Mom. Aha. Am gerne Brief zu schreiben, aha. Für den Gerdernheim, ja. Aha. Vertippt. Ja, das ist ja kein Problem. Da geh einfach, hannert sich. Wehe, Moment. Mom, direkt einfach, lo. Wehe, du kannst nicht mehr in den Klavier. Mom, hannert dich. Oh, du musst mal ein Pfeil auf der Tastatur. Hannert sich gut. Wie wirst du, ob der ... Ja, ich weiss, dass du nicht ... Ja, du verstehst das. Ja, ja, ja. Ja. Nicht das an der Reihe. So. Ma ja. Und dann drickst du die Lied. Wehe, wo. Ma, ab der Tastatur. Die Knäppchen, wo delete, die steht. Gut. Bravo. Ah, du willst auch noch eine Adresse draufsetzen. Aha. Ma ja, dann, das ist auch ganz einfach. Guck, dann kopiere einfach den Brief an ein alt Dokument. Ja, kopieren. Ja, Mom, bist du fertig da, Ma? Wehe, nicht fertig. Wehe, er ist bei der zweite Lin. Oh, nein. Oh, nein, Mom, du sollst nicht ... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eh, Moment. Oh, also, ich bin zwar noch gut in die Balance treu. So. Ja. So schwer schießen. Ja. Du langweilst dich. Ja. Aber dann, frage ich mal, ich werde dir 800 Freunde von Facebook machen. Ah, ja, die Batterienseite. Das ist doch selten, gell. Ah, du kennst dich auch nicht all persönlich. Nun guck. Wehe, was du sollst machen? Ma ja, dann ... Da geh ich in den Keller und dann hält sie den Fußball und dann leist sie doch mal das Spielen an der Gerd. Wehe, wie das geht. Ma ja. Und dann leist sie den Ball vierhören, das ist auf den Boden, dann hüft sie da dreht die Beinebussen und dann rennt sie mit der Spitze von Faust dran. Wie? Und dann? Ja, und dann? Ja, und dann? Dann rennt sie den Ball nur und dann möchtest du das selbe schon die andere Richtung. Wie, wie lange? Ma ja, wie lange? Bis ich heimkomme? Ja, ich hätt gesucht. Ich ging ... Ja, ich weiss. Ich hätt gesucht. Ich ging lo gleich. Ich komme jo lo gleich. Ja, ich we ... So. Apropos. Geh'n Ding langweil. Du weiss ich ebbes. Mam. Passt nach am Gang zu kopieren. Hey, weisst du wat? Ich kenn da nur mal einen von ihnen, die kenn sich doch super da mal draus, he. Alle, ciao, ciao. So. Fettig. Fettig. W-M-A-N-N-N-D-D-A-N-D-S-T-C-H-A-C-T-F-A-C-T-H-T-A-C-T-A-C-T-H-T-H-A-C-T-H-T-H-T-A-C-T-H-T-H. Vielen Dank.